Hallo und willkommen bei tooltime.de, eurem IT-Kanal im Internet. Toll, dass ihr das Video angeklickt habt. Hier in diesem Video habe ich eine Festplatte, und zwar dieses Y-Gate hier. Die habe ich mir letzte Woche bei eBay gekauft und die ist gebraucht. Die ist ungefähr so 10-15 Jahre alt. Und da sind aber noch jede Menge Daten drauf. Das heißt, der Vorbesitzer oder der Verkäufer, der hat die Platte nicht richtig gelöscht. Ich hatte bei eBay nach einer gebrauchten Platte geschaut, die möglichst klein ist und die hier oben noch einen IDE-Anschluss hat und hatte dann diese hier gefunden. Da habe ich 3 Euro für bezahlt plus 5 Euro Versand, sind 8 Euro zusammen. Und die ist auch in einem sehr guten Zustand. Hier neben sind noch ein paar Einbauspuren. Da wurde die in den PC reingeschoben und festgeschraubt. Und ansonsten ist die in einem total guten Zustand und nicht mal verstaubt. Und auch die Elektronik hier hinten ist ganz klasse. Und der Verkäufer hat sich aber nicht richtig Mühe gegeben, die Daten da auf der Platte zu löschen. Bei den Y-Gate-Platten gibt es hier oben den Date-Code. Da steht dann 04 bei den ersten beiden Ziffern. Das heißt, die wurde im Jahr 2003 hergestellt. Das ist immer 2000 plus diese 04 und dann minus 1. Und dann hat man das Jahr, wo die hergestellt wurde. Also da wurden unter Umständen 15 Jahre lang Daten drauf gespeichert. Bevor ich so eine Platte irgendwo einbaue und da Windows drauf installiere und eigene Daten drauf speichere, schließe ich die immer mal vorher an einem PC an und prüfe, ob die Platte überhaupt okay ist, ob die keine defekten Sektoren hat, ob die Elektronik okay ist. Und das habe ich hier dann auch gemacht. Hier meine IDE-Platte. Die kann ich auch an SATA anschließen. Da gibt es hier so kleine Adapter für. Kriegt man auch im Netz. Die kosten so gut wie nichts. Das wird hier hinten einfach drauf gesteckt. Brauchen wir auch nicht viel machen. Und dann kommt hier dann das SATA-Kabel drauf. Und dann braucht das Ganze noch Strom. Einmal der Adapter, der braucht Strom. Und dann die Platte selbst. Und das steckt man hier so dran. Und dann kann man auch so eine alte Platte an einem neuen Rechner betreiben, der nur SATA hat. Wenn ihr eine Festplatte habt aus dem Notebook, so eine 2,5 Zoll Festplatte oder generell eine SATA-Platte, könnt ihr die auch mit solchen Adaptern an USB anschließen, da testen und gegebenenfalls auslesen. Braucht man nur so einen Adapter für. Der geht hier hinten auf USB 3.0 und dann funktioniert das mit einer Notebook-Platte genauso. Ich habe dann meinen Rechner eingeschaltet. Das Windows 10 ist hochgefahren, was hier auf der Platte drauf ist, die in diesem Rechner eingebaut ist. Und dann wird diese Platte als zweite Platte erkannt. Und dann kann ich dann mit dem Explorer drauf zugreifen. Windows 10 ist jetzt hochgefahren. Die Platte wurde auch scheinbar erkannt. Hier hinten ist eine LED drauf. Die hat geblinkt. Und ich rufe jetzt mal hier den Explorer auf und gucke mir mal an, was Windows hier auf der Platte gefunden hat. Hier habe ich jetzt den Explorer geöffnet. Und jetzt sehe ich hier Laufwerk C, Laufwerk D und Laufwerk F. Dann habe ich natürlich hier nochmal ein DVD-Laufwerk. Und da sind zwei Platten eingebaut. Einmal eine Platte, eine Systemplatte mit Windows 10 drauf. Das ist hier Laufwerk C und Laufwerk D. Das heißt, es ist eine Platte. Und das Volume F, diese 37 GB, das ist meine Platte, die ich jetzt eben hier angeschlossen habe, die ich auf Ebay gekauft habe. Hier habe ich mir jetzt den Inhalt von diesem Volume F, also von meiner 40 GB C-Gate, mal aufgerufen. Und da ist scheinbar erst mal nichts drauf. Außer dem Ordner Recycle Bin, also dem Papierkorb und dann System Volume Information. Da kann man draufklicken. Da kann man aber nicht drauf zugreifen. Das ist nur ein Systemordner für Windows selber. Also auf der Platte ist jetzt augenscheinlich erst mal nichts drauf. Ich gucke mir das nochmal in der Datenträgerverwaltung an. Da tippe ich hier unten in das Suchfenster ein, Festplattenpartition erstellen und formatieren. Und kriege das hier oben vorgeschlagen. Und da klicke ich mal drauf und starte das Programm. Das ist hier meine Datenträgerverwaltung. Da kriege ich das ein bisschen übersichtlicher angezeigt. Da habe ich also jetzt hier meine eingebaute Platte in den Rechner, wo Windows 10 drauf ist, C und D. Und hier das Laufwerk F. Das ist die gekaufte Platte. 40 GB. Da ist eine Partition drauf. Und ich hatte in einem anderen Video ja gezeigt, wie man Daten herstellen kann. Mit Hilfe von dem Programm Testdisk oder genauer gesagt Fotorek. Und das versuche ich jetzt mal bei dieser Platte. Und das klappt nämlich sehr gut. Das ist dieses Programm Q-Fotorek Win. Das starte ich einfach mal. Und mit diesem Programm kann man auf einer Partition, auf einer Festplatte, auf einem USB-Stick, auf einer SD-Karte nach verlorenen Daten suchen. Das findet hauptsächlich Bilder, aber auch jede Menge andere Dateien und Dateiformate. Da habe ich jetzt hier angeklickt, Laufwerk F, diese 40 GB Platte überprüfen. Und hier nach NTFS die ganze Platte durchsuchen nach irgendwelchen Daten, die da noch drauf sind. Und dann klicke ich jetzt hier auf Search. Und schon geht das los. Und jetzt untersucht es die Platte und findet auch hier auf der Platte aus eBay Dateien. Dieses Programm Fotorek, hier die Version 7.0, das ist ja kostenlos. Hier oben im Video sieht man ja auch die Adresse, wo man es sich runterladen kann. Das ist ein vollkommen legales Programm. Das ist dazu eigentlich gedacht oder geschrieben worden, dass man von SD-Karten oder USB-Sticks, wo man Fotos drauf hat, zum Beispiel aus einem Foto-Aperat, eine SD-Karte, dass man da Bilder wiederherstellen kann, wenn die Karte irgendwie beschädigt ist oder sowas. Funktioniert ganz gut. Mittlerweile kann das auch andere Datenträger, also auch komplette Festplatten auslesen. Und wie man hier sieht, hat es jetzt hier schon 479, 483 Fotos gefunden. Und der Vorbesitzer oder der Verkäufer, muss ja nicht dieselbe Person sein, hat also hier seine Platte nicht richtig gelöscht, sondern einfach nur mal schnell formatiert. Und da zeige ich gleich mal, was er da falsch gemacht hat. Das Programm hat jetzt ungefähr 25 Prozent von der Platte durchsucht. Also so ein Viertel hat hier ungefähr 5000 Bilder gefunden, 5000 JPEGs, 1000 PNG-Dateien, dann EXE-Dateien, dann ungefähr gleich so 500 MP3-Dateien, also Musikstücke. Da ist also noch jede Menge drauf. Und wenn man das weiterlaufen lässt, dann findet es noch mehr. Hatte ich auf dem anderen Rechner schon mal gemacht. Ich gucke mir jetzt mal an, was es hier gefunden hat. Die geretteten Daten, die sind hier auf das Laufwerk D kopiert worden. Und da hat also vor direkt verschiedene Verzeichnisse angelegt. Das habe ich in einem anderen Video ja bereits gezeigt. Die Infokarte, die blende ich mal ein. Und da klicke ich mal auf die Verzeichnisse drauf und da habe ich bereits die ersten Bilder. Alleine in diesem Ordner sind über 910 Elemente drin, also Bilder. Das sind alles Privatbilder, die sind nicht aus dem Internet runtergeladen worden, sondern die klassischen Bilder, die man also hat von irgendwelchen Feiern hier zum Beispiel, kann ich mir alle aufrufen und kann mich hier durchklicken. Habe ich natürlich alles jetzt mal verpixelt. Und man kann sich auch angucken, wann die Bilder gemacht wurden. Bei EarthenView gibt es ja diese Informationsfunktion. Drückt mal auf die Taste I. Das Bild hier ist gemacht worden am 22.12.2010. Kann man auch hier sich noch die EXIF-Daten angucken. Mit einer Olympus-Digitalkamera ist das gemacht worden. Und da sind auch noch die Belichtungszeiten und alles Mögliche drauf. Und die ganze Platte ist voll mit privaten Bildern und Informationen. Ich breche jetzt diesen Wiederherstellungsprozess mal ab. Und da zeige ich jetzt mal, was der Verkäufer oder der Vorbesitzer falsch gemacht hat, als er die Platte hier formatiert hat. Wenn ich hier auf Laufwerk F klicke, kriege ich ja im Windows angezeigt, dass hier nichts drauf ist, dass die anscheinend ganz sauber formatiert wurde. Und das ist wahrscheinlich der erste Fehler gewesen. Der Vorbesitzer hat wahrscheinlich so etwas Ähnliches gemacht wie ich. Der hatte vielleicht die Platte irgendwann mal ausgebaut aus dem Rechner. Und vor dem Verkaufen auf Ebay hat er die dann formatiert, hat die wahrscheinlich auch so angeschlossen an irgendeinen Rechner, wie ich das gemacht habe. Ist hier in den Explorer gegangen, hat hier mit der rechten Maustaste auf das Volume, also auf das Laufwerk geklickt. Dann auf Formatieren. Dann kriegt man ja dieses Fenster hier angezeigt. Und dann hat er auf Starten geklickt. Das Fenster, was dann angezeigt wird, ist dieses Formatierungsfenster. Und wenn man jetzt hier auf Starten klickt, dann formatiert man zwar die Platte, die sieht danach leer aus, ist aber nicht. Das heißt, die Daten, die man drauf hat, Bilder, die sind alle noch drauf. Da kann man nur nicht mehr drauf zugreifen. Und zwar liegt das hier an diesem Punkt Schnellformatierung. Wenn man eine Platte verkauft, verschenkt, wo eigene Daten drauf sind, darf man die auf keinen Fall schnell formatieren. Das wurde ja aber scheinbar gemacht. Ich mache das nochmal und klicke hier auf Starten. Da steht jetzt hier, alle Daten werden gelöscht. Das stimmt aber eigentlich nicht ganz. Die werden nicht gelöscht, sondern die werden nur als nicht vorhanden markiert. Ich klicke mal auf OK. Laufwerk wird verwendet. Möchten Sie formatieren? Ja. Und dann wird die Platte schnell formatiert. Wie man gesehen hat, dauert das auch nur einige Sekunden. Da klicke ich mal auf OK und klicke mal auf Schließen und gucke mir jetzt den Datenträger wieder an, Volume F. Und der ist natürlich genauso leer wie vorher. Ich habe wieder mein Programm Fotorek gestartet und habe die gleichen Optionen eingegeben wie vorhin, also die 40 GB Platte nach Daten durchsuchen und klicke hier auf Search und dann geht es los und schon findet es wieder die Bilder, die da natürlich nach wie vor drauf sind, obwohl ich die Platte eben schnell formatiert habe. Das Programm Fotorek findet auch nach meiner Schnellformatierung nach wie vor die gleichen Bilder wieder auf der Platte, wie ich die vorher gefunden habe. Zeige ich jetzt an. Und das sind genau die gleichen Bilder, die vorher drauf waren. Also dieses Schnellformatieren hat da gar nichts gebracht. Wenn ihr also eine Festplatte habt von euch mit euren Daten drauf oder von einem Bekannten mit dessen Daten drauf wollt die irgendwie verkaufen oder wollt ihr verschrotten, das ist praktisch eigentlich egal. Auch aus dem Schrott kann jemand Sachen rausziehen, Sachen ausbauen und wiederherstellen. Dann müsstet ihr auf jeden Fall sicher löschen. Das geht entweder mit Windows, das funktioniert, oder hier mit so einem speziellen Programm. Das ist Darix Boot & Nuke. Das ist ein Programm, das kann man sich runterladen, das kostet nichts, das kann man auf eine CD brennen, kann davon booten und kann die Platte da richtig sicher löschen. Da kann man auch einen USB-Stick von erstellen, von dem booten und die Platte dann löschen, die im Rechner oder im Notebook eingebaut ist oder hier angeschlossen ist. Ich zeige zuerst mal, wie man die Platte einfach mit Windows löschen kann, sodass da nichts mehr herstellbar ist. Das geht ganz einfach. Da ruft man wieder den Explorer auf, klickt auf das Volume F und klickt wieder hier auf Formatieren. Hier habe ich also mein Formatierungsmenü. Ich habe hier meine 40 GB Festplatte. Bezeichnung Volume, das ist ganz egal, aber auf jeden Fall dieses Schnellformatieren, das muss ausgeschaltet sein. Und dann klicke ich hier auf Starten. Ja, wird alles gelöscht. Laufwerk wird verwendet. Das stimmt jetzt nicht, warum Windows 10 das jetzt sagt. Es ist gar nicht in Verwendung. Ich klicke auf OK und jetzt wird die Platte formatiert. Und das kann ein bisschen dauern, je nachdem, wie groß die Platte ist. Dauert das 15 Minuten, dauert es vielleicht eine Stunde oder auch zwei. Das langsame Formatieren ist jetzt fertig. Und das hat jetzt hier 15, 16 Minuten gedauert. Klicke ich mal auf OK, auf Schließen und starte mal das Datenwiederherstellungsprogramm erneut. Im Programm Fotorek habe ich jetzt wieder meine 40 GB Platte ausgewählt und versuche jetzt mal hier irgendwelche Daten herzustellen und gucke mal, was da gefunden wird. Und wie man sieht, sieht das schon ganz anders aus als vorher. Vorher hat es direkt jetzt schon JPEGs gefunden, also Bilder. Und das ist ja jetzt gar nicht mehr der Fall. Und da wird auch nicht mehr viel kommen. Fotorek sucht jetzt auf meiner Ebay-Platte hier nach den Daten. Ich hatte die ja komplett formatiert. Und jetzt ist das Verhalten von Fotorek ein bisschen anders. Als ich es gestartet hatte, war es ja bei 40%. Dann ist es wieder zurückgegangen auf 0%. Hat wieder bei 1% angefangen. Hat scheinbar den Suchalgorithmus ein bisschen geändert. Und hier sieht man nichts. Also da sind keine Daten mehr zu finden. Und ich lasse es aber trotzdem mal durchlaufen. Fotorek ist also jetzt fertig mit dem Suchen von Daten auf der 40 GB Platte. Hat also nichts gefunden. Die Daten sind jetzt komplett weg. Und ich gucke mir nochmal das Verzeichnis an, das es da angelegt hat. Und dieser Ordner ist leer. Also da sind keine Daten mehr drauf. Da sind überhaupt keine Daten mehr lesbar nach diesem langen Formatieren. Wenn ihr also ein Notebook habt oder ein PC habt, da eine Platte drin mit euren Daten drauf, dann könnt ihr die ruhig verkaufen. Das ist kein Problem. Ihr müsst sie nur richtig löschen. Auch wenn ihr das auf den Wertstoffhof gebt oder irgendwie verschrottet, müsst ihr die Daten vorher löschen. Es sei denn, ihr wollt natürlich, dass andere eure Daten sehen. Aber wer will das schon? Und da gibt es diese Methode mit dem langen Formatieren. Das reicht eigentlich vollkommen. Alternativ gibt es eben noch hier Darix Boot & Newt. Das ist ein spezielles Programm. Das Linux-Programm habe ich hier mal runtergeladen und auf CD gebrannt. Und da zeige ich jetzt mal, wie das geht. Hier ist also der Wikipedia-Artikel zu dem Programm, was man sich da runterladen kann und mit dem man die Platte mehr als einmal überschreiben kann. Zusammengefasst heißt hier, das funktioniert sehr gut. Aber man muss es nicht unbedingt mehrmals überschreiben. Einmaliges Überschreiben reicht auch. Das haben wir ja eben gesehen. Und ich zeige mal, wie man das runterlädt. Das ist jetzt die Seite, wo ihr euch das runterladen könnt. Und da klickt man hier oben auf Download D-Bahn und wird dann weitergeleitet hier zur Seite SourceFortune. Da kann man sich das runterladen. Die ganzen Links, die findet ihr auch unten in der YouTube-Videobeschreibung. Hier ist es dann runtergeladen. Das ist nicht besonders groß. Das sind nur 16 Megabyte. Das ist eine ISO-Datei. Das kann man brennen auf CD. Und da klickt man mit der rechten Maustaste drauf, klickt hier auf Datenträger Appelt brennen bei Windows 10, legt eine leere CD ein und hat es dann auf CD gebrannt. Kann man auch auf USB-Stick machen. Da blende ich hier oben mal ein Video ein. Da sieht man dann, wie man diese ISO-Images auf einen bootbaren USB-Stick macht. Und ich boot jetzt den Rechner mal von der CD und zeige mal, wie das geht. Wenn man von der CD bootet, da bekommt man erstmal diesen blauen Bildschirm. Da gibt es eine Warnung, ist komplett auf Englisch. Und da wird davor gewarnt, dass die Software, die Daten auf der Platte gelöscht werden. Seid euch also sicher, dass ihr die richtige Platte angeschlossen habt. Am besten schließt ihr nur die an, auf der ihr die Daten löschen wollt. Und dann drückt man einfach Eingabe. Das Programm hat also jetzt fertig gebootet und hat hier die Seagate gefunden, die ich jetzt hier angeschlossen habe. Also meine Platte aus eBay. Die interne Platte, die in dem Rechner drin war mit Windows 10, die habe ich abgeklemmt vorher. Da habe ich den SATA-Stecker ganz abgezogen. Und jetzt habe ich hier verschiedene Optionen. Die muss ich aber eigentlich gar nicht einstellen. Hier bei dem Programm habe ich jetzt noch verschiedene Optionen, die ich einstellen kann, aber nicht muss. Da kann man auf P drücken, kann hier diesen Zahlengenerator entsprechend ändern, wenn man da irgendeinen bestimmten bevorzugt. Also die Zahlen, mit denen die Platte überschrieben wird. Dann kann ich jetzt hier die Methode ändern. Wie die Platte überschrieben wird, das brauchen wir aber meistens nicht. Man hat ja gesehen bei dem Windows, da wird die Platte einfach formatiert und schon sind die Daten weg. Und da lasse ich einfach mal alles so, wie es hier ist. Dann drücke ich hier auf die Leertaste, dann steht hier Wipe. Und dann drücke ich auf F10 und schon wird die Platte gelöscht. Das kann allerdings ganz schön lange dauern. Hier wird die Platte jetzt mit Zufallszahlen vollgeschrieben, sodass die alten Daten überschrieben werden. Und ganz oben rechts sieht man ja die Zeit, die es braucht. Das Programm schätzt hier für die 40 GB Platte noch ungefähr 50 Minuten. Wenn ihr eine größere Platte habt, dann natürlich entsprechend länger. Bei einigen Platten formatiert das Programm auch den ganzen Tag. Fazit ist also, wenn ihr euren Rechner oder euer Notebook verkaufen wollt oder es ist defekt und ihr wollt es entsorgen, dann müsst ihr euch auf jeden Fall um die Daten auf der Platte kümmern. Die müssen auf jeden Fall gelöscht werden. Ihr könnt dann die CD runterladen, die ich gezeigt hatte und könnt dann die Platte in eurem Rechner oder in eurem Notebook komplett formatieren oder ihr könnt die Platte ausbauen, wenn euer Gerät nicht mehr funktioniert. Und könnt die Platte an den Rechner anschließen. Das funktioniert. Müsst ihr auf jeden Fall lange formatieren, also dieses langsame Formatieren. Und das dauert halt so eine Stunde. Wenn eine Formatierung nach 10 Sekunden vorbei ist, dann ist es überhaupt nicht formatiert. Dann sind die Daten nach wie vor noch drauf. Ganz wichtig ist auch, dass das Neuinstallieren vom Windows zwar einige Daten löscht, aber nicht alle. Also wenn ihr zum Beispiel eine 500 GB Platte habt, wo 100 GB Bilder drauf sind und ihr installiert Windows einfach neu, dann sind ungefähr so grob geschätzt 20% der Daten überschrieben, aber 80% der Daten, der Bilder, der Dokumente, die lassen sich noch herstellen. Und ihr müsst auf jeden Fall die Platte wie hier gezeigt formatieren, dann sind die Daten weg. Mir ist aufgefallen, auf Ebay werden in letzter Zeit ziemlich viel Gerät verkauft, viele Notebooks, viele PCs ohne Festplatte. Da fragt man sich natürlich, wo ist die Festplatte hingekommen? In Luft aufgelöst hat die sie mit Sicherheit nicht. Ich vermute einfach mal, dass viele Besitzer die Platte ausbauen, legen die sich irgendwo an den Schreibtisch und verkaufen dann ihr Gerät auf Ebay oder in Kleinanzeigen oder von Privat irgendwo ohne Festplatte. Das ist ja schon mal ganz gut, aber dennoch sind die Daten auf der Platte. Die liegt halt dann wahrscheinlich ein paar Jahre am Schreibtisch und irgendwann findet man die wieder und denkt sich, na, die war vielleicht gelöscht und verkauft die dann trotzdem oder schmeißt die irgendwo auf dem Wertstoffhof eine Tonne und irgendjemand anders fischt die sich da raus. Bei Ebay gibt es hier momentan 107.435 gebrauchte Festplatten zu kaufen und da bin ich mir ganz sicher, dass die nicht alle richtig gelöscht wurden. Man muss eben schauen, es gibt hier viele Verkäufer, die verkaufen 10, 20, 30, 40 gebrauchte Festplatten, alle unterschiedlichen Alters und ich vermute mal, das sind schon viele, die vielleicht auf dem Wertstoffhof die Rechner entsorgen oder die sich da einfach rausnehmen oder vielleicht irgendwo auf einem Recyclinghof arbeiten und diese Platten, die werden, wenn ihr den Rechner irgendwo entsorgt, da ausgebaut und einfach in Ebay reingesetzt. Das ist wie gesagt nur nochmal eine Vermutung, aber es scheint wirklich so zu sein, wenn man sich diese Profile von den Verkäufern mal anguckt. Wenn ihr noch Fragen habt, wie man eine Festplatte sicher löscht, dann schreibt ihr einfach unten in die Kommentare, da antworte ich gerne drauf und schaut mal unten in die YouTube-Videobeschreibung. Da findet ihr noch weitere Tipps und Tricks und Links zu den Seiten, die ich hier gezeigt habe. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und dem Video einen Daumen hoch zu geben. Auf der Seite tooltime.de findet ihr noch hunderte andere Artikel zum Thema Notebooks, zum Thema Handys, zum Thema Windows, wie man Windows 10 installiert, wie man Probleme behebt, wie man Festplatten klont, wie man Drucker repariert schaut euch einfach mal um, da sind mit Seda noch jede Menge Sachen für euch dabei. Hier blende ich noch ein paar andere Videos ein auf dem YouTube-Kanal. Da seht ihr dann, wie man Notebooks auseinanderbaut, repariert, wie man Windows 10 installiert, Festplatten klont auf SSDs oder Windows 10 Probleme behebt. Da seht ihr, wie man andere Drucker auseinanderbaut, Druckköpfe reinigt und entstandsetzt von Canon, Brother und so weiter. Schaut euch einfach mal um auf dem YouTube-Kanal, da sind auch noch jede Menge Videos für euch.